Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit brach Jesus auf und zog in das Gebiet von Tyrus. Er ging in ein Haus, wollte aber, dass niemand davon erfuhr. Doch es konnte nicht verborgen bleiben. Eine Frau, deren Tochter von einem unreinen Geist besessen war, hörte von ihm. Sie kam sogleich herbei und fiel ihm zu Füßen. Die Frau von Geburt Syrophönizierin war eine Heidin. Sie bat ihn, aus ihrer Tochter den Dämon auszutreiben. Da sagte er zu ihr, lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen. Sie erwiderte ihm, Herr, aber auch die kleinen Hunde unter dem Tisch essen von den Brotkrummen der Kinder. Er antwortete ihr, weil du das gesagt hast, sage ich dir, geh nach Hause, der Dämon hat deine Tochter verlassen. Und als sie nach Hause kam, fand sie das Kind auf dem Bett liegen und sah, dass der Dämon es verlassen hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Es ist ein Evangelium, das ein wenig verstört, würde ich sagen. Es verstört, weil wir erleben Jesus hier als jemanden, der, obwohl er als Sohn Gottes, wie er auch schon vorher oft gezeigt hat, die Macht hat, durch ein Wort, durch eine Berührung, einen Menschen zu heilen, dass er doch hier eine Grenze setzt. Dass er scheinbar, und ich sage bewusst scheinbar, dass er diesem Wunsch nicht gleich entspricht. Etwas flapsig gesagt, dass er diese Frau zappeln lässt. Und das ist nicht schön. Ganz bestimmt nicht angenehm. Ganz bestimmt nicht angenehm und schön für die Frau. Vielleicht auch für die Umstehenden, die sich auch ihre Gedanken machen. Vielleicht denken, ja, warum tut er es nicht? Er kann es doch. Vielleicht fangen einige auch an zu denken. Nicht diese Worte Jesu, die er sagt, das Brot den Kindern zu nehmen und es den Hunden zu geben. Vielleicht fangen einige an, auch in solchen Kategorien dann zu denken. Und sagen, ja, da, schau mal, eine Heidin. Es ist unser Christus, unser Gott. Er ist für uns gekommen. Er liebt uns mehr als die anderen Menschen. So könnte man denken. Es ist eine Versuchung, so zu denken. Darum glaube ich, bin ich ganz fest überzeugt, dass Jesus hier nicht sich erst noch überreden lässt, diese Heilung, dieses Geschenk, dieses Zeichen der Liebe und auch der Güte Gottes dieser Frau zu gewähren, sondern dass er in der Beziehung zu dieser Frau, auch in dieser Beziehung dieser Frau zu Gott, zu dem allmächtigen und gütigen Gott, dem Gott Israels, dem einzig wahren Gott, dass er ihr helfen möchte, dort ihr Herz ganz zu öffnen. Ich glaube auch, dass es ein bisschen vielleicht auch, das ist jetzt auch etwas gewagt, auch für uns von Bedeutung ist. Es ist oft so, dass wir ein, ich sag mal, ein Problem haben, eine Schwierigkeit, eine Sache in unserem Leben, gesundheitlich oder in Beziehungen oder irgendwie ein Leiden, eine Not, wo wir uns einfach nur wünschen, dass Gott sie wegmacht, dass er das Problem löst, dass er uns wieder in normalen Bahnen unser Leben leben lässt. Das ist ein legitimer Gedanke und ein legitimes Gefühl, so zu denken. Aber es ist auch wahr, dass Christus uns so viel mehr geben möchte, dass er auch in jedem Einzelnen von uns so viel mehr sieht, größere Würde, größere Berufung, auch größere Liebe, die uns geschenkt ist. Er sieht mehr in uns, als wir selber sehen können. Er schaut uns mit ganz anderen Augen noch einmal an, wie wir uns selber nie im Spiegel wiedererkennen würden. Er sieht wirklich in jedem Menschen nicht nur ein Geschöpf, sondern ein geliebtes Kind Gottes. Und manchmal, so denke ich, vielleicht, ich denke auch, dass das richtig ist, manchmal zögert er eine Antwort, eine Gebetserhöhung, zögert er hinaus, zögert Gott sie hinaus, nicht um uns zappeln zu lassen, sondern um uns noch tiefer zu erreichen, um uns noch tiefer erkennen zu lassen und verstehen zu lassen und auch annehmen zu lassen, wie groß seine Liebe ist und wie groß die Freiheit und die Verwandlung ist, die er uns schenken möchte. Und das hat diese Frau auch erfahren. Sie hat sich selber gedemütigt, das heißt, sie hat anerkannt, ja, es ist wahr, ich habe es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient, wie wir auch sagen müssen vor Jesus. Deine Liebe, deine Barmherzigkeit, ich habe sie nicht verdient. Du hast sie für mich verdient, durch deine Hingabe, durch deine Liebe, durch dein Opfer am Kreuz. Du hast das für mich gewonnen, verdient, aber nicht ich. Und dass wir dann bereit sind, dieses Geschenk wirklich anzunehmen. Was ist das für uns jetzt? Jeder hat in seinem Leben seine eigenen Geschichten, Erfahrungen, Wunden, Blockaden, Stolpersteine in seinem Leben, Kreuze. Und vielleicht gibt es einige Dinge, wo wir schon oft dagegen angegangen sind und es vor Gott getragen haben. Und wir wundern uns, warum hat er noch nicht geantwortet? Ich bin sicher, dass Gott immer antwortet, jedem von uns aus Liebe. Und dass er aber auch immer sucht, uns noch tiefer an sich zu ziehen und uns noch mehr in diese Kommunio, in diese Gemeinschaft mit ihm hineinzurufen. Jetzt gibt er uns dieses große Zeichen seiner Liebe, das höchste Zeichen seiner Liebe, seine Hingabe am Kreuz, sein Leib, sein Blut. Und er lässt uns zum Altar treten und ihn empfangen und ihn wirklich in die Tiefe unserer Existenz aufnehmen, alles verwandeln lassen. Bitten wir ihn, dass das auch in unserem Herzen, dass das fruchtbar geschieht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.